Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz hier bei uns in der Schuko Arena vor unserem Heimspiel gegen Hannover 96. An meiner Seite darf ich begrüßen unseren Cheftrainer Uwe Koschinat. Hallo, guten Tag. Ich kann eine Sache schon vorwegnehmen, denn wir spielen am Samstag A um 13 Uhr und B vor einem wirklich vollen Haus. Wir haben bis jetzt schon 25 Eintrittskarten verkauft. Davon gehen 3000 an unsere Gäste aus Hannover. Wir werden das Stadion um 11.30 Uhr eröffnen. Dementsprechend werden auch noch die Tageskassen geöffnet sein. Für ganz kurz Entschlossene gibt es dann noch ein Restkontingent. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Also die restlichen Karten gehen dann hoffentlich auch noch weg, sodass wir dann vor einer vollen Schuko Arena spielen können. Wir erwarten trockenes und warmes Wetter. Es ist also alles angerichtet für ein Fußballfest, Uwe. Wer wird dir denn zur Seite stehen am Samstag? Und vielleicht kannst du uns einen kurzen Rückblick zur kurzen Trainingswoche geben. Ja, personell ist es so, dass ein Fragezeichen noch hinter Silvan Siedler steht. Silvan Siedler hat sich leider leicht verletzt, klagt über eine Zerrung im Außenbandbereich. Das ist erstmal eine schmerzhafte Geschichte, keine ganz dramatische. Trotz alledem ist es natürlich so, dass er bis jetzt noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Da müssen wir morgen einfach abwarten, ob das Sinn macht oder die Schmerzbelastung zu groß ist. Und wir dann eher nochmal in die Schonung gehen und er dann zu Beginn der nächsten Woche wieder komplett zur Verfügung steht. Andres Andrada hat heute seine erste komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft gemacht und das auch rückschlagsfrei. Insofern wird er dann auch wieder zur Verfügung stehen und somit steht der nahezu komplette Kader dann auch als Alternative bereit. Die Trainingswoche war kurz. Es galt mit Sicherheit auf der einen Seite sehr, sehr konzentriert und auch sehr, sehr detailliert, nicht nur das letzte Spiel auszuwerten, sondern logischerweise auch einfach Parallelen aus den bisherigen Spielen in die Analyse einfließen zu lassen. Da verrate ich ja mit Sicherheit kein Geheimnis, dass wir mit Sicherheit mittlerweile über eine sehr zielstrebige, auch sehr, sehr torgefährliche Spielanlage verfügen, dass aber die Zahl der Gegentore logischerweise zu hoch ist. Dass es da mit Sicherheit kein so ganz klares, problematisches Muster gibt, sondern einfach zu viele unterschiedlich. Und nichtsdestotrotz müssen wir die Möglichkeit, gegentorfrei zu bleiben, eben maximal natürlich ausreizen und da uns sehr, sehr detailliert mit beschäftigen. Da geht es nicht nur um die Tore selbst, sondern logischerweise immer wieder auch darum, wie entstehen gefährliche Situationen und was können wir in den Teilbereichen besser machen. Ich habe bei der Mannschaft sehr, sehr schnell eine wahnsinnig große Wut festgestellt. Die hat sich auch noch wirklich ein paar Tage gehalten, dieses Spiel in Karlsruhe nicht gezogen zu haben. Denn ich glaube, inhaltlich müssen wir natürlich über ein paar Themen sprechen, aber jetzt auch nicht über allzu viele. 60 Minuten war das ein wirklich dramatisch gutes Auswärtsspiel mit einer unfassbar hohen Zahl an eigenen Tormöglichkeiten und einer sehr, sehr geringen für den Gegner. Deswegen gilt es, glaube ich, auch den Blick nach vorne zu richten, auf die Leistung aufzubauen. Natürlich nicht so naiv nur das Positive in den Vordergrund zu stellen, aber insgesamt so diesen Lauf, den wir uns inhaltlich erarbeitet haben, dann auch tatsächlich ins Spiel gegen Hannover hineinzutragen. Super, herzlichen Dank für diesen kurzen Rückblick. Wir haben noch eine kleine Besonderheit vor unserem kommenden Heimspiel, denn wir werden in diesem Sondertrikot auflaufen. Das wurde zu Ehren der ersten westdeutschen Meisterschaft entwickelt, die wir am Samstag, am 22. April, also vor exakt 100 Jahren, geholt haben. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an unsere Trikotsponsoren Schüko und Japp Anstötz, die nämlich Platz gemacht haben für ganz viele Anekdoten auf dem Trikot. Unter anderem sind die Spieler, die damals am Erfolg beteiligt waren, verewigt. Ganz viele andere Anekdoten sind dort auch noch abgebildet. Ebenso gibt es ein passendes Stadionmagazin, das einfach die ganze Geschichte zu dem Spiel zum 4-3-Erfolg gegen Turo Düsseldorf auch nochmal aufgreift. Für alle, die das Trikot, es war in einer limitierten Stückzahl vorhanden, 1923 Stück, nicht mehr erwerben konnten, weil es nämlich online restlos ausverkauft ist, gibt es noch die Möglichkeit, dieses Magazin im Stadion zu bekommen. Es wird am Samstag ausgeteilt. Wer es dann immer noch nicht bekommen hat, kann es sich dann online angucken. Wir werden es am Samstag auch online zur Verfügung stellen. Es gibt auch einige Trikots in einer bestimmten Größe auch am Samstag noch vor Ort. Online ist es, wie gesagt, komplett ausverkauft. Auch da gilt, wer zuerst kommt, hat das Glück und bekommt noch vielleicht ein Trikot. Das sind so die Infos zum Spieltag. Damit würde ich die Runde eröffnen. Ich bitte um euer Handzeichen. Dann kommt das Mikro zu euch. Markkracht, Westfalenblatt. Bedeutet ein verstärkter Fokus auf eine Verhinderung von Gegentoren und ein bisschen mehr Fokus auf die Abwehrarbeit auch zulasten der Offensive eventuell, dass man da ein bisschen runterschrauben muss sozusagen? Oder gibt es da eine Möglichkeit, auch eine Balance zu finden? Nee, weil das war ja eigentlich so das allererste Thema, mit dem ich mich möglicherweise am intensivsten auseinandergesetzt habe, bei der Arminia, so weg von einer reinen Personalauswahl. Ich habe mir eben die Frage gestellt, in welcher Ausgangssituation, in welcher Ausrichtung fühlt sich die Mannschaft am wohlsten? Und die einhellige Meinung aller Spieler war, dass wir alternativlos eine sehr aktive Mannschaft sein müssen. Und aktiv bedeutet in dem Fall wirklich, dass wir möglichst frühzeitige Ballgewinne erwirken wollen, dass wir eine Mannschaft sind, die insgesamt sehr, sehr aggressiv verteidigt, die sehr, sehr gerne, das zeigen ja auch die Statistiken, da sind wir übrigens nicht so weit weg von Hannover 96, so eine Mannschaft sind, die einfach sehr, sehr viele intensive Zweikämpfe führen möchte. Und ich glaube, dass diese Grundhaltung alternativlos ist. Bei der Zahl der Großchancen müssen wir unterscheiden zwischen denjenigen, die einfach individuelle Aussetzer sind. Dazu gehören, was zum Fußball dann eben gerade, wenn du sehr, sehr zweikampforientiert spielst, eben auch mal Zweikampfverluste, die anderen können auch ein bisschen was. Da müssen wir logischerweise drauf schauen, haben wir die richtigen Spielertypen auf dem Platz, sind alle mit dieser Art, mit dieser Herangehensweise auch tatsächlich fein, das glaube ich aber schon. Zahlst am Ende immer einen Preis für eine ausgesuchte Taktik. Wie viele individuelle Fehler haben wir auf der einen Seite? Die kannst du minimieren durch Umstellung, durch eine andere Personalauswahl. Und wie viel ist möglicherweise der Gruppe geschuldet? Und da muss man beispielsweise in Karlsruhe sagen, dass das 1-1 aus einem Eckball resultiert. Also nicht klassisch irgendein gesamtheitlicher, taktischer Fehler war eine Standardsituation. Beim 2-1 haben wir zwar einen Fehler im Spielaufbau gemacht, aber haben den im Strafraum ja wieder völlig problemlos repariert. Dann sieht Prietl den von hinten herankommenden Spieler nicht. Eigentlich auch keine so klassische Situation, bei der du von einem Abwehrfehler sprichst. Probleme in Karlsruhe hatten wir davon abgesehen, eigentlich nur in den ersten 2-3 Minuten, die wir zu überstehen hatten. Und haben es ansonsten sehr, sehr gut gemacht. Deswegen geht es immer darum, zu unterscheiden, was müssen wir und worauf haben wir tatsächlich Einfluss. Aber das ist aus meiner Sicht in keinem Zusammenhang zu sehen mit einer vollkommen veränderten Grundhaltung. Die Grundhaltung soll sein, dass wir jede Möglichkeit nutzen, das Spiel aktiv zu bestimmen, zu bestimmen, wie der Gegner zu spielen hat und selbst eine sehr, sehr offensive Herangehensweise haben. Jan Ahlers, Neue-Wiesfeld. Hatten Sie denn vorab erwartet, aus dieser aktiven Grundhaltung heraus, dass Ihre ersten 5 Spiele sich auch so torreich in einem Spektakel nach dem anderen entwickeln? Denn normalerweise, wenn Trainer unten eine Mannschaft übernehmen, sagen Sie ja meistens, wir müssen erstmal die Defensive stärken. Defensive ist eigentlich viel einfacher zu trainieren als Offensive. Und es scheint ja unter Ihnen jetzt erstmal umgekehrt zu sein. Die Offensive läuft und hinten verschiedene kleinere Problemzonen, die es noch zu beseitigen gibt. Also ich habe schon Phasen als Trainer gehabt, wo wir tatsächlich als Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt, aber den Klassenerhalt, und das ist mit Sicherheit ungewöhnlich, eher über eine sehr offensive Herangehensweise geschafft haben. Ich erinnere mich an die Saison in Sandhausen, wo wir eine Phase hatten von 8 Spielen und 20 Punkten. Und die sind auch nie durch ein 1-0 zustande gekommen, sondern meistens durch sehr torreiche Ergebnisse. Das hat bei einem Trainer dann aber auch gar nicht immer etwas mit der grundsätzlichen taktischen Ausrichtung zu tun, sondern mit Sicherheit auch mit der Dynamik, die sich aus so einer Einstellung heraus ergibt. Und aktuell ist es schon so, dass uns das Herausspielen von Großchancen relativ leicht fällt. Da ist auch die Palette, finde ich, wahnsinnig groß. Also das schaffen wir jetzt aus einer kompletten Organisation heraus, aber auch durch sehr überfallartige Aktionen. Und tatsächlich müssen wir das natürlich in so eine vernünftige Balance bringen. Auf der anderen Seite möchte ich auch immer wieder daran erinnern, dass wir natürlich in einer sehr herausfordernden Situation sind und dass natürlich umgekehrt nur ein Punkt aus jeweils einem Spiel über einen so langen Zeitraum auch seine Ursachen hat. Und deswegen war es für mich wichtig, eine Richtung, für eine Richtung mich zu entscheiden. Und die Richtung, glaube ich, die gefällt der Mannschaft. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dann uns auch defensiv stabilisieren. Und ich habe mit Sicherheit in unserer Situation auch nichts mal gegen ein dreckiges 1-0. Aber ich befürchte, dass aufgrund der Art, wie wir unser Spiel aktuell begreifen, wie sich die Mannschaft wohlfühlt, wir immer auch eher für eine sehr ereignisreiche Partie stehen. Die da nicht bedeuten muss, dass du nicht zu Null spielen kannst. Aber definitiv glaube ich, dass es sich aktuell einfach lohnt, Spiele mit Bielefelder Beteiligung sich anzuschauen. Marc? Es war jetzt in Karlsruhe die erste Niederlage unter Ihrer Leitung. Übergreifend mit Daniel Scherning davor noch mit dem einen Spiel war die Mannschaft jetzt relativ lange für diese Saison umgeschlagen. Haben Sie die Sorge oder haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass jetzt eventuell so ein kleiner Rückschlag wieder kommen könnte und die Mannschaft ein bisschen verunsichert wirkt? Habe ich deswegen nicht, weil ich, wenn man jetzt von so einer Emotionalität spricht, mit der die Mannschaft so diese Niederlage aufgegriffen hat, dann würde ich die Emotionalität deutlich stärker so in den Bereich Wut einordnen. Und das bedeutet ja, auch wenn man so beispielsweise die Aussagen unseres Kapitäns sieht, dass die Jungs von dem Weg total überzeugt sind, dass sie sich unfassbar ärgern, dass mit so viel Inhalt und so viel fußballerischer Qualität man am Ende dann mit komplett leeren Händen nach Hause fährt. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Grundhaltung als beispielsweise so eine Frage nach Verzweiflung oder nach Hilflosigkeit. Und die habe ich weder in der Aufarbeitung des Spiels gesehen, im Spiel selbst sowieso überhaupt nicht und jetzt auch nicht in der Trainingswoche. Und das war mir wirklich sehr, sehr wichtig, hineinzuhorschen. Ich glaube, das ist derzeit wichtig für einen Trainer. So wie hat die Mannschaft mit zwei, drei Tagen Abstand dieses Spiel aufgearbeitet. Und das war gestern eine unglaubliche Intensität, eine unglaubliche Freude im Training und gar nicht so eine Schwermütigkeit. Deswegen bin ich davon überzeugt, die können das richtig einordnen. Wir wussten vom ersten Tag der Zusammenarbeit, dass das schwer wird und dass sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in vier, fünf Wochen erledigt. Das ist der Traum, aber natürlich meistens nicht die Realität. Und deswegen habe ich da schon auch eine gute Grundhaltung der Mannschaft gesehen. Jan Alers? Herr Koschin hat sich eben diesen Offensivmix angesprochen, wo er auch das Überfallartige für steht. Das haben wir in Karlsruhe sehr viel gesehen, dass sie ihre Mannschaft viele Ballgewinne erzwungen hat gegen den flachen Spielaufbau der Karlsruhe. Das ist ja jetzt auch bei anderen Gegnern, Düsseldorf, Kiel, die galten auch als sehr spielstark. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei Hannover ein bisschen anders aussehen wird aufgrund der Spieler, die dort zur Verfügung stehen, aber auch der Gesamtlage. Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese vorwärtsgerichtete Spielweise das hohe Anlaufen, dass das auch gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich ein bisschen auch selbst simpler spielen wird, zum Erfolg führt? Da sind wir schon bei einem sehr, sehr guten Thema, weil wir natürlich jetzt sprechen müssen auch über Hannover 96. Eine Mannschaft, die zum einen durch den Trainer, aber mit Sicherheit auch durch ganz, ganz viele Erfolgserlebnisse in der Hinnrunde ja eine ganz, ganz extrem ballbesitzorientierte Spielweise an den Tag gelegt hat. Unheimlich autoritär, man hat sich über ganz viele Inhalte definiert, bei denen es darum geht, über den eigenen Ballbesitz Dominanz auszustrahlen, einen Gegner zu beherrschen. Ich glaube, das Hinspiel war so ein ganz gutes Beispiel dafür. Und natürlich hat sich aufgrund der Negativ-Serie diese Haltung ein Stück weit verändert. Ich habe noch keine so hundertprozentige Überzeugung, wie mein Kollege das Spiel tatsächlich coacht, ob er es sehr, sehr stark vereinfacht und das Ergebnis in den Vordergrund stellt oder ob er einfach wieder Inhalte sehen will. Denn prinzipiell hat die Mannschaft ja sehr, sehr viel Qualität in Hannover. Ich glaube, wir müssen auf beides vorbereitet sein. Und wenn wir dann aber, glaube ich, eine ganz gute Grundidee haben, wie das Verteidigen von vermehrt langen Bällen funktionieren kann, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt gehabt. Darmstadt 98 ist klassischerweise auch eine Mannschaft, die, wenn sie viel Druck bekommt, sich eher über eine einfache Spielstrategie befreit und da auch unheimlich viel Qualität hat. Und ich finde, das haben wir auch hervorragend gemacht, weil wir die Spielertypen in der Defensive haben. Gerade Spielertypen wie Ramos, Jekyll oder Andrade eben auch für diese zweikampforientierte Spielweise stehen. Auch Prietl ja jemand ist, der mit einem sehr, sehr hohen Rhythmus kein Problem hat. Deswegen glaube ich, auch auf diese Art werden wir sehr, sehr gut vorbereitet. Wir müssen aber natürlich auch davon ausgehen, dass Hannover doch in vielen Phasen auch einfach auf ihre fußballerische Qualität sich beruft. Markracht. Welchen Stellenwert hätte es mit einem Sieg auf Hannover den Abstand ja wirklich klein zu halten? Und damit verbunden auch die Frage, wie sehr verfolgen Sie eigentlich die Ergebnisse im Moment der anderen Mannschaften da unten und haben die Tabellenkonstellation konkret im Blick? Ich wünschte, ich könnte es komplett ignorieren. Ich glaube, das ist so die Wunschvorstellung eines jeden Trainers. Aber ich habe schon häufiger darauf aufmerksam gemacht, dass trotz der vielen Phasen, in denen ich sehr ähnlichen Situationen war, nicht verhehlen kann, dass man natürlich auch auf die Ergebnisse auf anderen Sportplätzen schaut. Ich finde, in der jetzigen Phase darf es aber deine persönliche Haltung nicht verändern. Und da ist es natürlich am allerbesten, wenn wir eine maximal hohe Zahl an Punkten erreichen. Ich glaube, es ist immer auch gut, wenn mehrere andere Vereine um dich herum in einer ähnlichen Problematik agieren müssen. Da ist es mit Sicherheit dann auch nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich Hannover mit einer zusätzlichen Niederlage und einer extremen Negativserie im Rücken dann wahrscheinlich auch eher nach unten schauen muss. Allerdings mit einem Sieg wahrscheinlich auch zumindest das Horrorszenario der Saison irgendwo abgewendet hat. Und das kann man nicht komplett ausblenden, ganz klar. Ich wünsche, es wäre manchmal anders. Jan? Was glauben Sie denn, wie viele Punkte braucht man dieses Jahr für den Klassenerhalt? Sie werden ja wissen, dass auch gerade die Mannschaften unter Arminia oder drumherum alle in den nächsten Wochen gegeneinander spielen. Also da werden auf jeden Fall reichlich Punkte verteilt werden. Und Arminia wird sicherlich noch einige brauchen, um ganz safe durch zu sein. Ja, und das ist meine Erfahrung. Und genau das tue ich eben überhaupt nicht mehr, irgendwo Ergebnisse querzurechnen. Weil meine Erfahrung ist, dass in diesem Kampf um den Klassenerhalt eben die wildesten Dinge passieren. Da gibt es Teams, ich glaube Braunschweig ist gerade aktuell ein ganz gutes Beispiel, bei denen man vielleicht vor drei, vier Wochen noch gesagt hätte, es ist ein Team, was wahrscheinlich eher mit einer geringeren Zahl an Punkten aus der Saison geht und möglicherweise eher um den Relegationsplatz spielt. Jetzt haben sie eine hervorragende Möglichkeit, sich vorzeitig aus diesem Kampf um den Klassenerhalt zu verabschieden. Deswegen denke ich, macht es keinen großen Sinn, heute schon irgendwelche Hochrechnungen anzustreben. Denn mit denen machst du dich ja auch nur verrückt. Also wenn du jetzt ein Punkt, ein Ziel ausrufst und dann mal ein, zwei Spiele verrutschen, und das kann natürlich passieren, das ist Sport, dann bist du viel zu sehr desillusioniert. Hier ist es ganz, ganz wichtig, einfach bei dir zu bleiben und auf deine eigene Leistung zu schauen. Dann werden wir sehen, was am Ende reicht. Es gab schon die unterschiedlichsten Szenarien, mal eine ganz, ganz niedrige Zahl an Punkten, mal war es auch sehr, sehr viel. Wir müssen auf unsere eigene Stärke bauen. Und ich finde, wenn man die letzten Spiele unter meiner Regie sieht, dann waren wir immer sehr, sehr nah dran an drei Punkten. Und das ist ja prinzipiell erstmal ein gutes Gefühl, dass es eigentlich kein einziges Spiel gab, in dem wir irgendwo konstatieren müssen, die Unterlegenheit entspricht der Tabellenausgangssituation. Marc? Sie hatten ein anderes Andrade schon angesprochen zu Beginn, dass er wieder im Training ist. Mit Ramos kommt der zweite Innenverteidiger nach Gelbsperre zurück. Braucht es genau dieses eingespielte Innenverteidiger-Duo jetzt in dieser entscheidenden Saisonphase? Ja, oder vielleicht auch ein Trio. Also ich glaube, dass wir gegen Düsseldorf gerade in der ersten Halbzeit in vielen Duellen gezeigt haben, dass wir da auch mit drei gelernten Innenverteidigern in einer unglaublichen körperlichen Wucht uns durchaus auch interessante Vorteile erspielen können. Nämlich gerade dann, wenn der Ball sehr, sehr häufig in der Luft ist, dass es kein Geheimnis zur Standardsituation heutzutage ein wichtiges Mittel sind, ein Gegner möglicherweise sein Spiel auch ein bisschen mehr vereinfacht, mit Weidern einen überragenden Kopfballspieler vorne drin hat, sind das alles Möglichkeiten, die in meinem Kopf sind. Prinzipiell brauchst du aber genau solche Spiele. Also ich bezeichne die immer als Kriegerjungs, die einfach eine ganz, ganz große Lust darauf haben, auf der einen Seite Zweikämpfe zu bestreiten und auf der anderen Seite eben auch diese Körpersprache auf den Platz zu bringen. Die brauchst du definitiv. Jan, nochmal zu dir. Wie ist es bei Brian Lassmer? Der hat jetzt zwei Spiele in Folge ein Tor gemacht. Sind Sie jemand, der dann sagt, ja, zwei Tore als Joker, der hat jetzt sofort gute Chancen oder muss er vielleicht im Training noch mehr anbieten? Er wartet ja noch auf seinen ersten Stadionvereinsatz unter Ihnen. Nein, kann ich Ihnen sagen. Ich bin zur Zeit in Bezug auf Brian der glücklichste Mensch der Erde, weil ich ganz intensiv an der totalen Umstellung des Spielstils dieses Spielers gearbeitet habe und sehe jetzt in jeder Trainingseinheit und dann Gott sei Dank auch in den Spielen einen Wandel. Ich glaube, dass Brian über einen längeren Zeitraum sein größtes, also klar ist die Geschwindigkeit mit Sicherheit das herausragende Element, aber parallel hat er ein ganz, ganz großes Element eigentlich so ein bisschen auf der Strecke gelassen. Das ist seine Körperlichkeit. Ich habe persönlich mit ihm in Zusatzschichten daran gearbeitet, einfach dieses Spiel umzustellen. Und wenn ich jetzt sehe, wie der im Training seinen Körper einsetzt, wie intelligent er wirklich auch körperlich starke Gegenspieler weghält, dazu kommen die Erfolgserlebnisse in den Spielen gegen Düsseldorf und jetzt gegen Karlsruhe, auch wenn es da nicht zu Punkten gereicht hat, an einem Stürmer tun Tore immer gut, dann glaube ich, glaubt er auch an so diese leichte Modifizierung seiner Spielart. Ich bin fest davon überzeugt, dass er eine fantastische zweite Spitze ist und mit jedem Stürmertypen vorne dann auch tatsächlich spielen kann. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass wir a. mit ihm auch eine sehr, sehr leichte Systemumstellung haben, und dass er prinzipiell sich persönlich auch so anbietet. Möchtest du eine Nachfrage stellen, Jan? Keine konkrete Nachfrage, aber eine hätte ich noch auf dem Zettel gehabt. Das Spiel gegen Hannover ist ja für Ihren Kollegen Stefan Leitl, zumindest wenn man so medial da durchliest, ein echtes Endspiel. Welche Gedanken verfolgen Sie da so als Amtskollege, wenn man so auf so ein Spiel guckt? Sitzt man da irgendwie eher im gleichen Boot oder denkt da jeder nur an sich? Ich kann mir vorstellen, dass sowas vielleicht gar nicht ganz spurlos an einem vorbeigeht, wenn man so weiß, um diese Brisanz auch die jeweiligen Gegend. Vor allen Dingen, weil ich natürlich auch in Konkurrenz zu ihm stand und eine unfassbare Hochachtung vor dem Weg hatte. Also ich finde, wenn du mit einer total eigenen Identität einen Verein wie Kreuter Fürth in die Bundesliga hievst, dann ist manchmal schwer nachvollziehbar, wie sich die Dinge auf einmal ein oder zwei Jahre später wandeln und zeigt einem selbst eben auch auf, dass unabhängig von deiner persönlichen Qualität manchmal einfach auch Saisonverläufe, eine Eigendynamik annehmen, die mit Sicherheit nicht an der Qualität ausschließlich des Trainers liegen. Ich finde, das muss man dann einfach auch registrieren. Mir hat man ein ganz schlauer Mensch gesagt, denk dran als Fußballtrainer. Es ist nachgewiesen, dass an einem Wochenende maximal 60 Prozent deiner Arbeit dann Basis für das Resultat sind und 40 Prozent sind im Fußball Zufall. Dinge, die du gar nicht selbst beeinflussen kannst. Und ich glaube, das muss man als Trainer dann auch registrieren, dass man bei Stefan Leidl einfach über ganz, ganz viele tolle Inhalte sprechen muss, über eine sehr, sehr hohe Identität. Ich glaube, das ist zweifelsfrei und das hat er einfach nachgewiesen. Und jetzt ist die Situation eine etwas schwieriger. Wir sind einfach verpflichtet, die auszunutzen. Aber selbstverständlich nimmst du das als Kollege wahr. Ich sehe keine Handzeichen mehr, Uwe. Das heißt, du hast alle Fragen beantwortet. Herzlichen Dank dafür. Ja, danke. Dann bleibt mir noch ein kurzer Hinweis zum Stadionprogramm. Und zwar sprachen wir gerade von der Westdeutschen Meisterschaft. Aktuell stellt Amina Bielefeld aber auch einen Deutschen Meister. Und zwar in der U17. Die Jungs haben am vergangenen Sonntag durch den 2-1-Erfolg gegen Wolfsburg den Titel gesichert. Das schon vor einer tollen Kulisse vor 8.500 Rund Zuschauern. Diese Leistung soll noch einmal gewürdigt werden und das am Samstag vor dem Spiel. Da freuen sich die Jungs und die Betreuer und das ganze Team um dem Team herum mit Sicherheit sehr drauf, noch einmal vor einer vollen Kulisse, vor einer vollen Schüko-Arena noch einmal die Meisterschale zu präsentieren. Das war's von uns. Danke nochmal, Uwe, für deine Zeit. Danke an euch für euer Interesse. Wir sehen uns am Samstag hier an gleicher Stelle. Bis dahin.